Ein Volkswagen Charan ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 160.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,5 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. 1 Bis zum nächsten Mal.